Mental in Form heißt für mich persönlich, die mentalen Kräfte, die jeder Mensch in sich hat, zu aktivieren, darauf zu kommen, dass man es hat und vor allem in weiterer Folge sie zu nutzen und daran zu arbeiten, eben starke Kräfte, die in einem drinnen sind, auch dann im täglichen Leben zum Vorschein zu bringen. Natürlich das Interesse, weil eine Veranstaltung dieser Art macht mir nicht als Jux und Tollerei. Es geht ganz einfach darum, hier einer breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, diese Ausnahme Sportlerinnen und Sportler mit ihrer Erfahrung kennenzulernen und aus ihren Erfahrungen auch etwas mitzunehmen. Ich habe mir die eine oder andere Notiz im Hinterkopfbereich gemacht, es ist ja nicht alles gänzlich neu, aber so wie Felix Gottwald gesagt hat, man muss es wieder nach außen bringen, man muss es wieder in Erinnerung rufen und genau das habe ich gemacht und ich werde einiges mitnehmen und auch in der Praxis umsetzen.